Heyho, da bin ich wieder. Beim letzten Mal haben wir uns diese wunderschöne Taschenlampe erstellt. Und dieses Mal werden wir uns in die Menügrundlagen stürzen. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204. Aber erstmal, was habe ich überhaupt vor? Ganz einfach, ich habe ein Menü gebastelt und das möchten wir in dieser Tutorialreihe bauen. Ja, ihr hört richtig, Tutorialreihe, es werden ein paar mehr Videos. Weil das Thema ist relativ komplex. Wir werden dieses Menü hier bauen, in dem man einfach einen Steckbrief aussuchen kann und diese Person dann verfolgen kann. Das Ganze ist auch mit Maus bedienbar oder mit Tastatur. Das kann dann der Spieler aussuchen und in eurem Fall könnt ihr dann auch aussuchen, ob ihr beides haben wollt oder nur das eine. Ich werde beides zeigen in dieser Tutorialreihe, in jedem Fall. Es geht nur um die Grundlagen für Menüs. Was ihr dann für ein Menü baut, sei dahingestellt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Eternia suchen möchte, dann klicke ich da drauf. Eternia suchen, ja, möchte ich. Und dann steht sie da hinten. Ich kann sie gefangen nehmen und kann dann eine neue Quest annehmen. Jetzt suche ich Myra. Ja, mache ich. Da unten ist sie. Aber ich möchte jetzt doch nicht Myra suchen, sondern, ja, ich möchte die Suche abbrechen und ich suche Vigo. Let's go. Okay, und da hinten ist er. Okay. So viel dazu. Also das ist im Grunde das, was wir mehr oder weniger am Ende dieser Tutorialreihe vorhaben. Es wird noch weitere Menüs geben, aber dazu dann später mehr. Das ist jetzt erstmal das große Hauptziel für demnächst. Weil wir fangen jetzt erstmal mit dem ganz krassen Grundlagen an. Ganz weit unten. Ich will wirklich bei Null anfangen mit euch. Es so simpel wie möglich halten. Und dementsprechend fangen wir mit einer neuen Map an. Setzen einen Startpunkt für meinen Spieler. Und werden jetzt ein schickes Menü bauen. Ich habe dazu schon Grafiken vorbereitet in Photoshop. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus wie das Menü gerade eben. Aber wie das Menü am Ende aussieht, ist sowieso egal. Wir werden uns dann im nächsten Video um die Steckbriefe kümmern. Jetzt erstmal ein ganz simples Menü, basierend auf drei Textebenen und einer Hintergrundebene. Das Ganze ist halt wirklich mega simpel gehalten. Ich habe dann einfach die Textebenen eingefärbt, damit ich sehen kann, welcher Menüpunkt jetzt selektiert ist. Und kann dann einfach alle abspeichern. Und das habe ich bereits getan. Und zwar im Spiel. Spielordner öffnen. Und dann bei IMG. Dann bei Pictures. Und hier habe ich es einfach reingeschmissen. Wo sind sie da? Einmal Menüpunkt 1 selektiert. Komplett ohne Hintergrund. Menüpunkt 2 selektiert ohne Hintergrund. Und auch Menüpunkt 3 selektiert. Wieder ohne Hintergrund. Und den Hintergrund habe ich separat abgespeichert. Das Ganze, wie gesagt, bei Pictures hinein. Ihr könnt die Grafiken runterladen. Ihr könnt sie aber auch, weil das ist wirklich nichts Kompliziertes, will ich selber erstellen. Oder ihr erstellt einfach ein bisschen hübscheres Menü. Es ist jetzt wirklich nur zu Testzwecken. Damit ihr die Grundlagen habt. Gut. Das sollte soweit klar sein. Auflösung für die Grafiken findet ihr beim RPG Maker MV unter Database oder Datenbank im Deutschen. Unter System 2. Und dann steht hier Bildschirmbreite, Bildschirmhöhe. Dann könnt ihr das so in Photoshop eingeben oder in Gimp. Und könnt euch dann ein schönes Menü basteln. Beim RPG Maker MV stehen diese Maße in einem Plugin, Community Basic. Und da stehen die Maße dann auch drin. Screen Width und Screen Height. Gut. Wir werden das Ganze aber jetzt im RPG Maker MZ machen. Aber das Video hier wird RPG Maker MZ und RPG Maker MV beinhalten. Ich werde hier beide RPG Maker bedienen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Weil eigentlich ist es beim MV ein bisschen anders als beim MZ. Aber dazu kommen wir dann gleich. So. Wir erstellen unser erstes Event. Ich werde einfach die Tafel erstellen und dann beim nächsten Video ein bisschen hübscher mit dem anderen Menü erstellen. Aber wir machen es erstmal wirklich billig und esselig in Anführungszeichen. Gut. Ich doppelklicke drauf und schon öffnet sich das Fenster hier. Das kennt ihr ja. Dann Priorität wie Character, damit ich das überhaupt ansprechen kann. Auslöser lasse ich auf Aktionstaste und den ganzen Rest, den kompletten Rest, den Klimbim lasse ich alles. Inhalte sind wichtig. Erstens möchte ich mit Escape oder später dann mit Rechtsklick auch wieder aus meinem Menü rauskommen, ohne dass sich das eigentliche Spielmenü mit Escape öffnet. Dementsprechend muss ich das Spielmenü, den Menüzugang, deaktivieren. Weil wenn ich sonst Escape drücke, öffnet sich das Ingame-Menü und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja unser eigenes Menü schließen mit Escape. Dann werden wir die Grafiken vorladen bzw. anzeigen. Beim Apigymaker MV und MZ ist es oftmals sehr wichtig, die Grafiken einmal kurz vorgeladen zu haben. Wir doppelklicken also einfach, wie gewohnt. Seite 2 der Eventbefehle. Bild zeigen. Bild Nummer 1 wird die Hintergrundgrafik. Da wählen wir dann einfach Menü Hintergrund. So habe ich sie genannt. Menü Hintergrund wählen wir da. Und dann OK. Der Rest passt so. Dann Bild Nummer 2 zeigen. Da wollen wir, dass, sobald wir das Menü öffnen, der obere Menüpunkt selektiert ist. Also Menü Unterstrich Grundlage 1 ist das bei mir. Menüpunkt 1 selektiert. Deswegen müssen wir erstmal die anderen vorladen. Jetzt klingt das verwirrend, aber es ist halt so. Ähm, damit Menüpunkt 1 dann als letztes gezeigt wird. Also wir fangen mit Menüpunkt 3 quasi an. Laden den rein in die Bild Nummer 2. Bringt auf OK, übernehmen. Kopieren das jetzt mit STRG-C, STRG-V. Machen wir zwei Kopien von. Und ändern mit Leertaste einfach nur die Bilder zu Grundlagen 2 und Grundlage 1. Grundlage 1 als letztes. Wie gesagt, damit auch das dann angezeigt wird. Da wir immer die Picture Nummer 2 verwenden, wird auch am Ende nur das letzte Bild angezeigt. In dem Fall Menügrundlagen 1. Dann brauchen wir eine neue Ereignisseite. Aber um diese erstmal dann zu aktivieren, brauchen wir eine Variable. Und da habe ich eine Menüvariable oder Menu. Ähm, habe ich sie genannt ohne Ü. Und dann stellen wir hier einfach eine 1 ein. Menü 1. Das wird quasi der erste Menüpunkt. Hier machen wir den ersten Menüpunkt rein. Könnten wir auch als Kommentar hinzufügen, wenn ihr das wollt. Ähm, Menü... Punkt 1. Dann wissen wir, hier ist Menüpunkt 1. Und den müssen wir jetzt aber auch aktivieren. Also hier ganz, ganz unten. Doppelklick. Variable steuern. Menü. Oder Menü. Einstellen. Konstante 1. Menüpunkt 1. Ich möchte danach in den Menüpunkt 1 geworfen werden. Gut. Dann bin ich hier. Jetzt kommen wir schon zum Input. Jetzt kommen wir zum Input. Zum interessanten Teil des Ganzen. Der Input. Okay. Doppelklick. Und dann bedingte Verzweigung. Das werden wir jetzt sehr oft und sehr viel brauchen. Bedingte Verzweigung. Sehr viel. Sehr oft. Beim RPG Maker MZ. So zeige ich es jetzt zuerst. Und danach beim MV. Aber guckt euch das auch als MV Nutzer jetzt an. Weil sonst versteht ihr den Rest des Videos nicht. Beim RPG Maker MZ. Geht ihr auf Seite 4. Dann auf Tasten. Dann auf die entsprechende Taste, die ihr braucht. Wir brauchen jetzt nach unten. Wenn ich nach unten drücke, möchte ich auf Menüpunkt 2 kommen. Macht ja Sinn. Also unten. Und dann, dieses Feld hier ist neu beim RPG Maker MZ. Das gab es vorher nicht. Wir wollen nur, wird ausgelöst. Nicht wird gedrückt, sondern wird ausgelöst. Weil sonst kann man sie auch gedrückt halten. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie einmal gedrückt wird, die Taste. Also ausgelöst. Das ist ganz wichtig. Dann machen wir eine Else-Verzweigung. Eine Sonst-Verzweigung. Und okay. Wenn ich nach unten drücke, was soll dann passieren? Das ist eigentlich ganz simpel. Dann soll das Menü-Grundlagen 2 Bild angezeigt werden und nicht mehr Menü-Grundlagen 1. Also der zweite Menüpunkt soll dann aktiviert sein. Also kopieren wir das einfach rüber. Zack. Fertig. Dann wollen wir einen coolen Sound-Effekt abspielen. Sound-Effekte sind immer cool, oder? Also machen wir noch einen coolen Sound-Effekt rein. Gehen wir auf Ereignisbefehle, Seite 2. SE abspielen. Und dann wählen wir Cursor 2. Ne, Cursor 3, glaube ich. Cursor 3. Ja, perfekt. Cursor 3 nehmen wir. Okay. Übernehmen. Gut. Wenn ich also nach unten drücke auf der Tastatur, ändert sich das Bild und ein Sound-Effekt wird abgespielt. Anschließend warten wir einen Frame. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wir warten einen Frame. Weil sonst kann es sein, dass die Grafik nicht geändert wird oder der Sound nicht abgespielt wird und wir bereits in den Menüpunkt 2 reinspringen. Es ist manchmal ein bisschen asynchron alles beim RPG Maker MV und MZ. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir hier einen kurzen Wait reinmachen. Das werdet ihr dann merken, sobald ihr den Wait mal vergesst, weil dann habt ihr einen kleinen Bug drinnen. Das werdet ihr dann merken. Gut. Also wenn nicht die richtige Grafik angezeigt wird oder nicht der Sound abgespielt wird, also wenn eins von beiden fehlt oder vielleicht sogar beides fehlt, kann sein, dass ihr den Wait vergessen habt. Gut. Variable steuern. Kommt als nächstes. Variable steuern. Wir wollen jetzt in den Menüpunkt 2 reinspringen. Also hier oben Variable Menü einstellen. Konstante Menüpunkt 2. Gut. Das ist das alles, was passiert, wenn ich nach unten drücke. Was passiert aber, wenn ich nach oben drücke? Da kopieren wir das Ganze einfach, den ganzen Kattler Radatsch. Kopieren das einfach hier rein. Und ändern den Menüpunkt mit Leertaste einfach auf 3. Weil wenn ich nach oben drücke, komme ich ja dann in den dritten Menüpunkt. Ändere die Grafik auf 3. Und ändere die Taste auf oben. Wenn ich nach oben drücke. Gut. Jetzt habe ich nach unten und nach oben drücken fertig. Mehr ist es im Grunde erstmal nicht. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Können wir auch gerne ausprobieren einmal. Ach, stopp. Ich muss das Ganze natürlich auch auf Autorun stellen. Auslöse Autorun, damit diese Seite automatisch ausgelöst wird. Nicht vergessen. Ganz, 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 ganz wichtig. So. Und dann. Tada. Ich kann schon mal irgendwo da durchs Menü navigieren. So ganz funktioniert es nicht. Aber das ist klar, weil die anderen Menüseiten fehlen. Die erstellen wir dann gleich. Gut. Soweit haben wir das schon mal fertig. Jetzt können wir das Ganze, die ganze eigene Seite einfach kopieren. Einfügen. Und nochmal einfügen. Und ändern die Nummern. Erstmal zum Menüpunkt. Äh, Menü 2. Menü 3. Das sind die Menüseiten. Können wir hier oben in dem Kommentar auch ändern. Menü 2. Und Menü Punkt 3. Gut. Jetzt müssen wir natürlich noch, ähm, drüber nachdenken. Wir sind jetzt gerade in der Mitte. Wenn ich dann nach unten drücke, komme ich nach ganz unten. Also muss ich hier auf Grundlage 3 stellen. Also auf das dritte Bild. Dann, äh, muss ich hier in Menü 3 abändern. Wir sind ja dann in Menü 3, wenn ich nach unten drücke. Wenn ich nach oben drücke, gelange ich hingegen zu Menü 1 wieder zurück. Und hier auch Menü 1. Das sollte soweit klar sein. Ähm, wenn nicht, kann ich das auch nochmal symbolisch zeigen. Also wenn ich jetzt hier in Menü Punkt 2 bin, nach oben drücke, bin ich in Menü Punkt 1 wieder zurück. Und wenn ich nach unten drücke, bin ich in Menü Punkt 3. Ihr könnt natürlich auch mehr als drei Menüpunkte machen. Ähm, da müsst ihr dann halt ein bisschen drüber nachdenken. Wo bin ich immer? Aber denkt einfach kurz mal drüber nach. Wenn nicht, nehmt ihr euch nochmal die Grafik raus und denkt drüber nach. Kommentiert euch das Ganze auch vielleicht oben drüber, so wie ich das jetzt gemacht habe. Dann wisst ihr immer, ah, da bin ich gerade und da will ich eigentlich hin. Okay. Gut. Aber fürs Erste, macht einfach hier das Tutorial nach und versucht zu verstehen, was ich hier eigentlich tue. Dann Menü Punkt 3. Wenn ich ganz unten bin und dann noch einmal weiter nach unten drücke, bin ich wieder ganz oben. Dann bin ich wieder in der 1. Und wenn ich, ja, wenn ich nach unten drücke, bin ich wieder in der 1. Und wenn ich nach oben drücke, bin ich dann in der 2. Der 2. Kontrolliere das gleich nochmal alles, ob ich alles richtig habe, weil Fehler passieren jedem. Glaubt mir. Das passiert schneller, als man denkt. Also, wenn ich in Menü Punkt 3 bin und nach unten drücke, unten drücke, bin ich wieder in Menü Punkt 1. Und wenn ich nach oben drücke, bin ich Menü Punkt 2. Habe ich das so richtig eingestellt? Wenn ich nach unten drücke, Menü Punkt 1, Menü Punkt 1. Wenn ich nach oben drücke, Menü Punkt 2, Menü Punkt 2. Gut. Wenn ich in der Mitte bin, nach unten 3, 3, nach oben 1, 1. Richtig. Und wenn ich ganz oben bin und nach unten drücke, bin ich in der 2, nach oben drücke in der 3. Okay. Es sollte eigentlich funktionieren. Gucken wir gleich mal. Das Ganze funktioniert. Nach unten funktioniert schon mal sehr gut. Und nach oben. Ah. Perfekt. Perfekto. Gleich mal richtig gemacht beim ersten Versuch. Das freut mich. Fehler passieren aber. Also, lass den Kopf nicht hängen, wenn da mal ein Fehler passiert. Wichtig. Auslöser auch auf Autorun. Und halt die richtigen Reihenfolgen beachten. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn man es einmal drin hat, dann ist es kein Problem mehr. Gut. Jetzt wollen wir das Ganze noch so machen, dass wenn ich Enter drücke, auch was passiert. Das ist ja eigentlich grundsätzlich klar, denke ich mal. Dementsprechend brauchen wir dann einfach wieder eine bedingte Verzweigung. Die kommt hier ganz unten in die Ls rein. In die Sonstverzweigung ganz unten. Bedingte Verzweigung. Dann einfach wieder Seite 4, Taste OK, wird ausgelöst. Nicht gedrückt, ausgelöst. Wichtig. Gut. Dann könnt ihr hier wieder einen Kommentar reinschreiben, wenn ihr das möchtet. Hier kommt das rein, was passiert, wenn Menüpunkt 1 ausgelöst wird. Menüpunkt 1 ausgelöst. Okay. Oder ausführen, wie ihr wollt. Okay. Schreibt einfach rein. Also was hier reinkommt, wird ausgeführt oder ausgelöst, wenn Menüpunkt 1 aktiviert wird. Da können wir zum Beispiel jetzt ein Sound-Up spielen. Das könnten wir gleich mal machen. Spielen wir mal ein Sound-Up. Wir spielen Decision 2 ab. Ich glaube, Decision 2 war es. Ja, Decision 2. Definitiv. Nehmen wir. Und dann können wir noch eine Textbox öffnen zum Beispiel. Einfach nur, damit wir wirklich sicher gehen können. Wir haben gerade Menüpunkt 1 geöffnet. Menü. Menüpunkt 1. Wenn ich OK drücke, also Enter drücke. Jetzt kopieren wir einfach rüber. Zu den anderen. Jeweils hier unter Else rein. Zack. Und dann können wir das einfach abändern. Da können wir hier Menüpunkt 2 reinschreiben. Und hier auch ins Kommentar. Menüpunkt 2 wird ausgelöst. Das Kommentar ist aber nicht wichtig. Die könnt ihr natürlich auch weglassen. Die sind nur jetzt für euch. Damit ihr seht, wo was passiert innerhalb dieses Events. Dass ihr seht, ah, hier, die Seite ist für Menüpunkt 3. Ah, und hier unten. Das muss passieren, wenn Menüpunkt 3 ausgelöst wird. Okay. Nur, dass ihr das dann halt besser nachvollziehen könnt, was ja eigentlich Phase ist. Okay, testen wir das auch gleich mal. Jetzt gehe ich zum Beispiel Menüpunkt 2. Drücke Enter. Menüpunkt 2 steht hier. Perfekt. Gehe in Menüpunkt 3. Menüpunkt 3. Ich gehe wieder hoch zum Menüpunkt 1. Und Menüpunkt 1. Perfekt. Funktioniert alles. Super. Das Spiel weiß also immer, wann ich Enter drücke. Das ist doch schon mal ziemlich geil. Da könnt ihr schon einiges machen mit solchen Menüs. Jetzt wollen wir aber auch wieder rausgehen können, oder? Hm, wäre ja ziemlich blöd, wenn wir nicht wieder rausgehen könnten. Also brauchen wir mal kurz eine Else-Verzweigung. Die habe ich noch vergessen bei OK. Fügen wir jedes Mal einfach hinzu. Mit Leertaste kann ich ja alles immer bearbeiten. Dann habe ich hier eine Else-Verzweigung. Ähm, Else ist eigentlich ganz, ganz, ganz simpel. Äh, ich meine, Else. Abbrechen ist ganz simpel. Abbrechen, nicht Else. Else ist auch simpel, aber abbrechen ist ganz simpel. Das ist einfach genau das Gleiche. Ähm, wieder eine bedingte Verzweigung. So wie immer. Äh, Seite 4, Taste und dann, ähm, 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 abbrechen. Abbrechen wird ausgelöst, nicht gedrückt. Ohne Else diesmal, diesmal wirklich ohne Else. Weil, na, ne, ähm, fünfte Taste brauchen wir nicht. Also jetzt in dem Menü. Wenn ihr noch mehrere Tasten unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich dann auch noch machen. Warum immer in Else? Das, äh, liegt daran, wenn der Spieler mehrere Tasten gleichzeitig drückt, zum Beispiel oben und unten gleichzeitig, dann soll nach unten die höhere Priorität haben und dann wird nur nach unten ausgeführt und nicht auch gleichzeitig nach oben. Oder wenn ich gleichzeitig nach oben drücke und Enter, dann wird, ähm, nach oben ausgeführt und nicht Enter. Es geht darum, einfach den Tasten eine gewisse Priorität zuzuordnen. Ihr könnt das natürlich auch andersrum machen, dass Enter die wichtigste Priorität hat. Also wenn der Spieler wirklich gleichzeitig zwei Tasten drückt, dann nur eine davon ausgeführt wird. Weil sonst kann das zu Bugs im Menü führen. Das ist ja, denke ich mal, verständlich. So, wenn wir abbrechen, dann gehen wir in Menü 4. Jetzt fragt ihr euch, hä, Menü 4 gibt's doch gar nicht. Ja, das gibt es nicht. Das hat einen Grund, warum ich in Menü 4 gehe, ähm, um einfach ein paar Codezeilen zu sparen. Weil dann kann ich, ups, nicht Spielerkoordinate, sondern Menü natürlich, Menü 4. Weil das, was ich jetzt, ähm, quasi, ähm, erstelle, dass ich das nicht jedes Mal wieder neu kopieren muss, falls ich dann doch mal was ändern möchte oder so, werdet ihr gleich sehen. Dann mache ich eine neue Ereignisseite, Variable und Menü 4. Okay. Hier kommt jetzt alles rein, was passieren soll, wenn ich das Menü schließe. Das kann sich auch innerhalb, ähm, eurer Menüerschaffungsprozesse oder später, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, ein paar Stunden später dann irgendwie überlegt oder ein paar Tage später, das doch noch irgendwie abzuändern, vielleicht noch eine coole Animation reinzubauen oder so, dass ihr das dann nicht immer hier, ähm, hier, Steuerung C, Steuerung V und nicht überall reinkopieren müsst. Dann müsst ihr es wirklich nur auf der letzten Seite ändern. Das ist dann für euch wesentlich effektiver, schneller und Fehlerunanfälliger. Ihr könnt dann weniger Fehler machen. Und das ist immer eine gute Sache, denke ich mal. Gut. Auch auf Autorun stellen. Nicht vergessen. Autorun, 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 Aktionstaste. Okay. Alles Autorun, außer das erste, das machen wir auf eine Aktionstaste. Gut. Jetzt sind wir in Menüpunkt 4 angelangt. Menüpunkt 4 existiert, wie gesagt, nicht. Aber wofür ist der gut? Ganz einfach. Erstmal können wir dort einen Cancel Sound abspielen. Wie war der noch gleich? Ich gucke mal. Ich habe es vergessen. Ich habe mir das doch nicht auswendig gemerkt. Alles Pech. Man kann nicht abbrechen. Cancel 2 wäre es gewesen. Naja gut. Man kann nicht alles auswendig wissen. Standard Sound ist Cancel 2 war das jetzt hoffentlich. Ich hoffe, ich habe es mir gemerkt. So. Sound-Effekt abspielen. Cancel 2. Cancel 2? Ja, das klingt vernünftig. Cancel 2. Dann löschen wir die Bilder. Da haben wir nur zwei Stück. Bild Nummer 1. Und Bild Nummer 2. Aber es könnten auch 20 Bilder sein. Also, wie gesagt, da hier kann einiges stehen. Und wenn ihr das dann alles hier drin habt, dann ist das A unübersichtlich. Und B, wenn ihr was ändert, müsst ihr es jedes Mal überall ändern. Das ist besser, wenn ihr eine extra Seite dafür habt. Und dann machen wir wieder den Wait rein. Weil sonst kann es sein, dass die Bilder vielleicht nicht gelöscht werden. Oder der Sound nicht abgespielt wird. Etc. PP. Macht ihr den Wait rein. Das ist, wie gesagt, nicht ganz hundertprozentig. Haut das nicht ganz hin. Es ist besser, wenn ihr da ein Wait rein macht. Den einen Frame, das merkt der Spieler gar nicht. Gut. Dann unter dem Wait einen Frame macht ihr einfach wieder rein. Variable steuern. Menü. Und dann einfach auf 0. Und dann ist das ganze Menü fertig. Mehr war es nicht. Also, in 25 Minuten mit Erklärung. Ohne Erklärung, denke ich mal, kann man das locker in 15 Minuten zusammenschustern. Im RPG Maker. Das ist easy clap. Grafikerstellung noch. Sagen wir mal, da vielleicht auch noch ein paar Minuten. Wenn ihr ein paar hübsche Grafiken machen wollt, vielleicht auch ein paar Stunden. Aber rein technisch, was ihr im RPG Maker macht, das ist in wenigen Minuten. Zu erledigen. Das ist wirklich gar kein Problem. Und dann sollte es funktionieren. Ich kann jetzt Menüpunkt 1 ausführen. Ich kann Menüpunkt 2 ausführen. Ich kann Menüpunkt 3 ausführen. Und mit Escape kann ich das Menü verlassen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Jetzt kann ich mit Escape nicht mehr in das normale Spielmenü. Ich habe nämlich den Menüzugang deaktiviert. Den muss ich natürlich wieder freischalten. Also unter Buildlöschen 2. Muss ich jetzt noch. Menüzugang ändern. Aktivieren. Und da habe ich es auch schon wieder gezeigt. Wie praktisch das ist, dafür eine vierte Seite zu haben. Weil sonst hätte ich jetzt das Ganze hier einfügen müssen. Beziehungsweise über der Variablen. So. 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 Ihr spart euch Arbeitszeit für Änderungen. Wenn ihr den Abbrechenprozess ändern wollt. Mit Animationen. Oder mit irgendwas anderem. Ihr merkt. Oh, da haut irgendwas nicht ganz hin. Ich habe da einen Bug. Dann habt ihr alles auf einer Seite. Und das ist wesentlich effizienter. Glaubt mir. Gut. Menüzugang ändern. Aktivieren. Fertig. Jetzt kann ich das Menü wieder öffnen. Kann es hier öffnen. Und hier danach auch wieder. Aber während des Menüs kann ich es nicht öffnen. Wenn ich jetzt Escape drücke, wird es einfach nur geschlossen. Zu den Änderungen für RPG Maker MV. Der RPG Maker MV hat, wie ich bereits gesagt habe, diese Funktion hier nicht. Und das Ganze ist ein Problem. Weil, das zeige ich euch jetzt. Da haben wir nämlich nur, wird gedrückt. Oben wird gedrückt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das dann aussehen würde im RPG Maker MV. Wir machen das jetzt mal nur nach oben. Habe ich jetzt immer oben gemacht? Ja. Immer oben. Wird gedrückt. Okay. Und das ist ein Problem. Weil jetzt nicht der einzelne Tastendruck zählt, sondern wie lange ich gedrückt halte. Und wenn ich jetzt gedrückt halte, sieht das Ganze so aus. Und der Spieler... Es ist gar nicht möglich für den Spieler, hier einen Menüpunkt zu treffen, den er gerne hätte. Das kann man umgehen. Aber wir wollen es nicht umgehen. Wir wollen einfach dieselbe Funktion wie die MZ-User haben. Oder nicht? Oder seht ihr das anders? Also ich möchte dieselbe Funktion haben. Ist doch geil die Funktion gewesen. Aber so einfach funktioniert es nicht. Und dementsprechend müssen wir hier ein Skript verwenden dafür. Wir machen das Ganze jetzt mit nach unten. Wir brauchen den Skript. Input. Ist. Triggered. Klammer auf. Anführungszeichen. Down. Anführungszeichen. Klammer zu. Semikolon. Und das fügen wir jetzt überall hin, wo wir nach unten drücken. Und dasselbe dann auch mit nach oben. Dann aber statt down natürlich ab. Skript. Ab. Skript. Ab. Und dasselbe auch mit Enter. Also in dem Fall OK. Dann Skript statt ab. Einfach OK rein. Und nein. Bei Abbrechen wird nicht Abbrechen reingeschrieben. Und auch nicht Cancel. Also brecht das Video hier noch nicht ab. Ihr werdet gleich sehen, was ihr da reinschreiben müsst. Die Befehle werde ich übrigens in die Videobeschreibung packen. Denke ich mal. Wenn ich es nicht vergesse. So. Und bei Abbrechen kommt nämlich rein. Escape. OK. Input is triggered. Klammer auf. Anführungszeichen. Escape. Anführungszeichen. Klammer zu. Semikolon. OK. Und das einfach überall rein, wo Abbrechen drin ist. Und dann läuft das Ganze auch auf dem RPG Maker MV. Exakt genauso, wie es auf dem RPG Maker MZ läuft. Kann ich euch dann auch demonstrieren. Funktioniert genau gleich. Und wenn ich jetzt nach oben gedrückt halte, dann werden die Menüpunkte nicht gewechselt. Und ich muss die Taste nochmal loslassen. Aber dann funktioniert alles super flüssig, wie ihr seht. Und Enter funktioniert. Wunderbar. Überall. Und Escape funktioniert. OK. Das war es dann auch für die MV-User. Die MZ-User hatten jetzt drei Minuten weniger zu gucken. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, MV-User. Aber hey, so ist es halt im Leben. Manchmal ist es halt ein bisschen besser, doch die aktuelle Software zu haben. Aber MV ist auch eine schöne Sache. Und ihr seht, über Umwege ist eigentlich so ziemlich alles auch im MV machbar. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüssi, lieb. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen, Leute. Und vergesst nicht, den Like-Button zu drücken. Außerdem danke ich noch Nafrayu Love. Er hat mich im Tier 2 abonniert. Beziehungsweise ist Channel-Member in Tier 2. Und hat auch weitere Tier 2-Kanal-Megliedschaften an Murdock Murphy, Chesra, Quayuzzi, Shadowdong und Jotastic verschenkt. Danke dafür, Nafrayu Love. Danke. So. Tschüssi.